Podcast von Sven Heidenreich. Der Podcast von Sven Heidenreich. Hallo und herzlich willkommen zu Podcast von Sven Heidenreich. Und das hier ist die Folge 647. Ich grüße euch alle hier wieder mal mit dem Mischpult. Jetzt diesmal wieder analog mit dem Olympus LS14. Etwas Bass raus natürlich, damit wir nicht ganz so dumpf klingen. Und dann hat sich die Sache. Ja, ich grüße euch auf jeden Fall. Ich muss das Mikrofon noch ein bisschen einstellen. Entschuldigung, aber das muss sein. Ja, ich war ja auf den Street Food Festival und habe einiges gegessen. Ich habe zum einen Pommes mit einer bestimmten Käsesoße gegessen und ein bisschen Speck und Bacon, glaube ich, war noch bei. Okay. Danach habe ich Pancakes probiert. Pancakes, das sind ja so kleine dicke Eierkuchen. Das waren Mini-Pancakes übrigens, deswegen klein. Mit Banane dazu und dazu gab es natürlich auch Nutella als Soße sozusagen und noch ein bisschen Puderzucker drauf. Sehr, sehr lecker. Hat auch sehr lecker geschmeckt. Ja, und dann konnte ich es mir ja nicht nehmen lassen und habe wirklich Insekten probiert. Das heißt also keinen Insektenburger oder sowas. Burger wollte ich dann doch nicht. Ich glaube, gab es einen direkten Insektenburger? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall gab es frittierte Insekten. Und das waren halt Heuschrecken und Mehlwürmer. Frittiert. Und dazu gab es eine Chilisoße und eine Schokoladensauce. Konnte man immer so abwechselnd rein. Und dann, ja, ist es ziemlich schwierig zu essen gewesen, weil die Mehlwürmer sind sehr klein und auch. Aber gut, es war auf jeden Fall ein Abenteuer wert. Muss man auch nicht jeden Tag machen. Aber, ja, vom Geschmack waren die Insekten halt wirklich wie, ja, man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie Knabberzeug. Also, da war jetzt nichts eklig irgendwie im Mund oder so, sondern es war wirklich, man hat das Gefühl, man hat halt irgendwas geknabbert, was man halt noch nie geknabbert hat. Sag ich jetzt mal. Also, irgendwie so kleinere Chips oder so, irgendwas, ja, also so kann man es ungefähr beschreiben. Es war auf jeden Fall frittiert. Es war knusprig. Es war jetzt auch nicht so lecker, dass ich jetzt gesagt habe, oh, nochmal oder so. Aber, ja, ich habe es auf jeden Fall mal ausprobiert. Ich weiß jetzt, wie Insekten schmecken, wenn man sie frittiert. Ja, und gut, also ist nicht jedermanns Sache und wir wollen ja auch nicht die Leute vergraulen hier mit Insekten. Auf jeden Fall ist das einfach mal ein Erlebnis wert gewesen. Wir waren nicht lange da, vielleicht ein paar Stunden. Und ich war mit Ela und ihrem Mann da und dann war noch die Schwiegermutter von Ela mit und insofern war es ein ganz netter, kleiner Tag. Aber, ja, nach einigen Stunden hat man auch die Schnauze voll. Also, es war natürlich ein bisschen Programm auch und ich weiß nicht, was da jetzt genau passiert ist, aber auf jeden Fall sollte auch für Kinder noch was kommen. Und Musik machen sollte auch noch einer, aber so lange sind wir gar nicht geblieben. Und, ja, ich muss auch sagen, also ich war froh, als ich wieder zu Hause war, weil ich war dann so vollgefressen von dem, also nicht gerade jetzt die Insekten, aber ich habe dann dazu noch, achso, dann habe ich noch eine Waffel gegessen, genau. Eine Waffel mit einer Bobbelwaffel, das ist so Eis mit Waffelteig und, ja, dazu gab es auch Smarties. Das nannte sich Schokobombe übrigens, Schokobombe nannte sich das. Das habe ich auch noch gegessen. Ja, und das war natürlich sehr lecker. Also, ich bin heute wirklich auf meine Kosten gekommen und habe sehr viel Süßes gegessen. Also, war wirklich lecker, lecker, lecker. Hat mir sehr gut geschmeckt. Und das Schöne daran war, ja, dass man mal nicht zu Hause war. Es war wirklich schön, aber ich war auch froh, als ich wieder zu Hause war und mich entspannen konnte und alleine war und gedacht habe, Mensch, so schön, wie es auch ist, mal sowas zu erleben, aber man muss sowas nicht jeden Tag erleben. Und, ja, man schätzt dann doch wieder sein Zuhause, wenn man dann halt da sitzt und denkt, oh, Gott sei Dank. Also, ja, ich muss das nicht jeden Tag haben. Und es ist ja auch preislich eine Sache, ne? Also, man kann sich es mal vielleicht erlauben, aber gut, ob ich nochmal dahin gehen würde, ich glaube, wahrscheinlich nicht. Also, ich glaube, das ist einfach ein einmaliges Erlebnis gewesen. Also, nochmal würde ich da nicht hingehen. Höchstens vielleicht, wenn ich selbst eine Freundin hätte und hätte die jetzt dabei, dann wäre es vielleicht was anderes gewesen. Aber so, ja. War es ein netter Ausflug? Wann war ich zu Hause? Ich glaube, halb drei. Nachmittags schon, also um halb elf wurde ich abgeholt und um, ja, dann waren wir kurz nach elf oder ich glaube kurz, ja, irgendwie da und um halb drei, drei war ich schon wieder zu Hause, ne? Also, wie gesagt, es war nicht besonders lang und es hat aber auch gereicht. Also, länger hätte ich auch gar nicht gewollt und, ja, ich habe halt meine Insekten probiert. Ich weiß jetzt, wie das schmeckt. Es gab so viele Sachen, aber es war auch schwierig, einiges zu essen. Dann gab es auch bei manchen keine Löffel oder so. Man musste sich dann wirklich, die Gabeln waren, es waren alles so, ja, Plastikgabeln. Und also war auch, also viele hätten sicherlich Probleme gehabt, da was zu essen. Also es war wirklich schwierig. Also, wie gesagt, ich bin froh, dass ich jetzt wieder zu Hause bin. Und, ja, aber war ein schönes Erlebnis. Ja, ansonsten, ich bin ja jetzt auf der Suche nach einem Headset. Also, ne, wie Cord ja vorgestellt hat, so ein Headset von Bayer, aber muss ja jetzt nicht gerade Bayer sein, weil Bayer ist ja wirklich sehr teuer. Aber, ähm, Cord hat auch schon Bescheid gesagt, er guckt jetzt nach dem Headset. Ich habe auch, also, es muss auch nicht von heute auf morgen sein. Denn mir ist halt wichtig, dass dieses Headset, was ich haben möchte, ja, natürlich einen XLR-Stecker hat, aber vielleicht auch einen Klinke-Stecker, kleine Klinke. Aber gucken, vielleicht kann man ja auch von XLR auf kleine Klinke oder vielleicht ist es auch umgekehrt. Vielleicht muss man, wie gesagt, also schön wäre es ja auch, wenn ich so ein Headset auch an meinen Olympus rankriegen könnte. Weil, dann könnte ich auch mal sagen, gut, wenn ich mal nicht mit einem Mischpult aufnehmen möchte, dann nehme ich halt das Headset, klemm das am Olympus ran und, ähm, kann auch so mal einen Podcast aufnehmen, ne, dann hört ihr halt auch nur meine Stimme und dann kann ich mir einen Kaffee kochen und, äh, ihr hört dann halt auch wirklich nur mich über Headset. Das wäre natürlich auch eine, also, das ist die Idee dabei auch. Also, einerseits über das Mischpult natürlich mit dem Headset, andererseits, ähm, ja, andererseits natürlich, ähm, auch am Olympus. Also, mal gucken, was da nun möglich ist und auch preislich, ne. Aber wie gesagt, das hat Zeit, muss nicht von heute auf morgen sein. Ähm, und, ähm, ja, aber das ist so meine Überlegung, weil mit dem Mikro hier am Ständer, ja, so schön wie es auch ist, aber jedes Mal einen Mikrofonständer aufbauen und vor allem auch, ich will ja auch nicht immer das Mischpult benutzen. Also, deshalb suche ich ja so eine All-in-One-Lösung, also so ein Headset, was man halt, ne, mit Kopfhörer, also ich meine jetzt wirklich, äh, für die, die es noch nicht wissen, wirklich so ein Kopfhörer mit Mikrofon dran, also mit Schwenkarm, ne. Also jetzt nicht ein Headset, wie ihr das kennt, so von, äh, sondern richtig mit, wo das Mikrofon direkt vom Mund ist und man kann sich dann zurücklehnen und, ähm, ja, egal, ob man das Ding dann halt am Olympus hat oder am, ähm, Mischpult, äh, man kann es halt überall benutzen. Und das, so, so ein Ding wäre schon cool und vor allem, ich könnte es dann auch für Gesangsaufnahmen benutzen und für Sprechsachen, das ist ja auch mein Ziel, dass ich halt nicht immer so ein Mikrofon hier aufbauen muss und, sondern ich will, dass ich meine Hände frei habe, dass ich, äh, ja, immer den gleichen Abstand habe, dass ich, ähm, auch wenn ich den, das Ding mal am Olympus habe, dass ich dann sagen kann, okay, ich koche mir einen Kaffee, habe meinen Kopfhörer auf, höre mich über Kopfhörer, kann per Headset was reinprabbeln, ähm, und fertig, ne. Also das ist so das, was ich mir überlege, weil jetzt nochmal ein extra Mikro holen, ähm, ja, könnte ich natürlich auch, aber auf der anderen Seite, ja, dann habe ich auch gleich einen guten Kopfhörer, ne. Also, weil momentan benutze ich ja, wie gesagt, mein Bose und mein Bose hat ja das Problem, das hat so ein dünnes Kabel, ähm, mitgeliefert bekommen, das ist so dünn, also da weiß ich nicht, wie lange das noch hält, keine Ahnung, und deswegen, ähm, hoffe ich ja, dass bei dem Headset auch etwas dickere und stabilere Kabel bei sind, ähm, weil, oder dass man das irgendwie auch auswechseln kann zur Not, ich weiß, das sind alles Wünsche, da sagt ihr jetzt, oh, was hat der für Wünsche, aber mir geht es halt darum, so ein Gerät, wenn ich mir was hole, wie ein Headset oder so, dass man es halt auch lange gebrauchen kann, ne, bringt ja nichts, dass man ständig irgendwas nachkaufen muss, wenn jetzt, sagen wir mal, zack, geht wieder ein Kabel kaputt oder, äh, bei manchen Dingern kann man die Kabel ja noch nicht mal auswechseln und, äh, zack, scheiße, Kabel kaputt, neues Headset kaufen, ne. Und ich brauche halt Sachen, die lange halten und, ähm, ja, da muss natürlich auch der Klang einigermaßen stimmen, aber da verlasse ich mich ganz, äh, allein auf Blinzeln, weil ich denke mal, Kurt und oder Wolfgang, die können das wirklich gut abschätzen und hören und die, egal, auch wenn es ein halbes Jahr dauern sollte, ne, also so lange dauert es natürlich nicht, aber, ähm, ja, es ist ja schön, dass man sich bei Blinzeln Zeit lassen kann, ja, ist ja nicht so wie bei anderen Geschäften, wo man jetzt sagt, ja, wir haben es jetzt da, entweder du kaufst es jetzt oder nie und, äh, nein, man kann sich ja Zeit lassen, ich kann mir die Tests anhören, ich kann hören, wie sowas klingt, kann dann immer noch sagen, okay, ich nehme es oder ich nehme es nicht, äh, und das ist halt das Schöne daran, ne, ich meine, ja, aber das ist jetzt so das, was ich auf jeden Fall haben möchte, denke ich, so ein Headset, das ist schon was Schönes, weil das kann ich halt universal, universal, nicht, universal, auch nicht schlecht, oder, ähm, kann ich das einsetzen, ne, sei es am Olympus, sei es am, ähm, Mischpult, ne, also je nachdem, wenn es halt einen XLR-Stecker hat, dann, ja, müsste man halt von XLR auf kleine Klinke haben oder auf große Klinke, je nachdem, wo man es halt verwenden möchte, ähm, aber so eine Adapter gibt es ja, die werde ich mir denn dazukaufen und, ähm, ja, vielleicht ist es ja möglich, so ein universal, äh, Headset dann zu haben und dann, dass man es zum Beispiel auch am Computer anschließen kann, wobei, das ist wieder schwieriger, weil, ähm, mein Computer hat ja bloß einen Anschluss, ähm, wenn ich jetzt einen Computer hätte, der noch beide Anschlüsse hätte, also Mikrofon und Headset, das wäre natürlich super, habe ich aber leider nicht, mein Computer ist schon etwas neuer, der hat, also etwas neuer, der ist auch von 2012, aber der hat halt diesen, ähm, Anschluss, aber gut, für den Computer ist es auch nicht so notwendig, ähm, da kann ich auch jedes andere Headset nehmen und da muss man ja auch jetzt nicht, ne, aber wenn man das Mischpult sowieso mit dem Computer verbinden kann, dann kann man ja auch so arbeiten, also, ihr habt ja in der Folge davor gehört, wie ich über, mit Audacity gearbeitet habe und, ähm, ja, so klingt jetzt wieder mal nach langer Zeit analog. Ja, äh, mehr habe ich eigentlich nicht zu erzählen, machen wir mal kurz den Bass ein bisschen raus, ähm, äh, so, also, jetzt wisst ihr, was auf dem Street Food Festival war und, äh, ihr wisst, was mein nächstes, meine nächste Anschaffung wahrscheinlich sein wird und, ähm, ja, das war es eigentlich schon, jetzt können wir die Folge ja auch schon mal beenden. Ja, ich hoffe, das hat euch trotzdem etwas Spaß gemacht, wenn die Folge auch ein bisschen kurz war, aber, ja, mein Gott, was soll's, die Folgen müssen ja auch nicht immer total lang sein, oder? Also, bis zur nächsten Folge. Das war Podcast von Sven Heidenreich, Folge 647. Das war Podcast von Sven Heidenreich, Folge 647. Wenn ihr mit mir in Kontakt kommen wollt, dann könnt ihr das über meine E-Mail-Adresse tun, sven.svenny.heidenreich.googlemail.com oder ihr könnt euch bei Blinzeln in den einzelnen Gruppen, ich bin in fast jeder Blinzeln-Gruppe von WhatsApp drin, in jeder WhatsApp-Blinzeln-Gruppe, so. Also, da findet ihr mich auch unter Sven Heidenreich. Ja, ansonsten würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Das wäre dann die 648. Bis dann und ein schönes Wochenende noch und, ja, ich grüße euch und wir hören uns. Ciao! Bis dann!